noch hier ist auch noch Eisen ähm ja hm was würde ich grad machen ach ja ich würde nach Eiern gucken genau boah hab ich jetzt lang dafür gebraucht ne hier sind keine drin m auch nicht als er gut nach dem auch Bibi 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 aufgewacht zweiter gehen so schützige sein Hand und der Fall Mark ich brauche sowieso erst mal ne neue Keule oder so ähm ähm ne neue Keule oder so so mal vielleicht neu anfangen ne ja ja komm mal kurz mal Eisen Axt da können wir uns auch mal gönnen ich hab keinen Bock mehr so lange zu brauchen schwarzen und Bäume nein nur zu ok okay ich glaube ich muss irgendwas machen irgendwie ist die Frame voll im Arsch ich weiß nur nicht warum das war aber schon mal besser morts Geschwindigkeit das ist so eben nur das ist der letzten Mannes auch probieren wir das mal ja wenn wir diesen blöden Mist das hier an dem man sieht das obendrauf den Gräsern ist die richtige Farbe und hier sind diese helle grüne schon Neon irgendwie dieses ja das finde ich scheiße an Minecraft was das da passiert das ist echt nicht schön das hätten sie besser machen können aber jetzt haben wir wenigstens eine ordentliche Frame da kann man auch besser mit arbeiten das ist ja nicht so schlimm aber jetzt sind die Blätter nur leider so zu na sieht man jetzt geht das bis zu 31 hoch und so ist ja lustig hm naja was soll ich denn noch so sagen mir fällt gerade nichts ein ich hoffe nicht dass das jetzt langweilige Folgen werden das wäre jetzt nicht so schön das wird total unpön unpön ja noch ein Schaf noch ein Schaf noch ein Schaf wieso lauf ich jetzt nach hier ich wollte eigentlich da hinten abfahren gehen nein nicht nicht ich werde ich werde ich werde ich werde ich werde mein Name genau Mähen hier bleibt hier bieter bieter die Pippe nicht nein ich will das arme Schaf jetzt nicht mal ärgern ich will das mal in Ruhe lassen das hat dann auch so wenig Leben vor sich obwohl Schafe sind die Tiere in Minecraft die am längsten überleben Kühe werden geschlachtet Hühner werden geschlachtet Schweine werden geschlachtet gibt's auch eine Tierart Kuhpilze also Pilzkühe werden auch irgendwann geschlachtet damit man äh von denen halt dieses äh ne warte mal hab ich nicht irgendwie Erde und sowas? ne das ist auch egal ähm auf jeden Fall man kommt äh alle Tiere werden ja früher geschlachtet bis auf Schafe weil man kann man fängt die einmal und dann behält man die für die ganze Zeit weil man ja immer nur weil die Wolle immer abschneiden braucht früher muss man die Arme Schafe ja immer einmal schlagen damit die ihr Fell loslassen aber auch was früher gut war war früher hat man eins äh zwei bis fünf Blöcke bekommen an Wolle Wolle jetzt bekommt man nur noch eins bis drei Blöcke das finde ich jetzt nicht so schön also Minecraft geht derzeit sehr stark hoch und runter das ist so ein Witz irgendwie es gibt viele gute Sachen die gemacht worden sind aber es gibt auch ähm blöde Sachen weil ich weiß es nicht also was nicht so schön ist ist dieses ähm die Farbe von den ähm ganzen ähm Gebieten in dem Standard Texturen Paket zum Beispiel bei diesem ähm Berghängen und so da sieht das sehr bläulich aus das Gras schon das sollte man doch vielleicht ändern ja und hier so hin also hier hat man so ein schönes sattes Grün immer okay ich glaube so eine ähm Eisenachs trennt sich auch wirklich oh shit jetzt hab ich halt genau ich bin so blöd ich bin so blöd ich bin so blöd also ich brauche jetzt irgendwie so einen Lückenfüller ich weiß nicht warum aber ich brauche einen Lückenfüller und 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 naja also ich hatte jetzt mal langsam wieder zu bock wirklich mein Kopf zu spielen ich hatte jetzt wirklich nicht ganz stark bock aufzunehmen aber ich tue es extra nur für euch und ich hoffe dass ihr mir dankbar seid dafür wenn nicht fahrt zur Hölle genau so wie weit sind wir denn jetzt hier gekommen mit dem Wald oh wow das ist ja so viel ich geh mal eben auf den Berg um zu gucken wie weit wir gekommen sind wobei da oben wird man auf fremde anstunden zugrunde gehen la 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 und das hätte ich besser bauen können so wie ich so coolen Weg überblättern ja stimmt das muss man hier lang Ey, nicht hängen bleiben Oh ja, guck mal, wie weit wir gekommen sind Oh ja Unglaublich weit Sehr weit sogar Natürlich ironisch gemeint Wow, starker Leck hier Ja, ist auch wer die erste Aufnahme mit meinem neuen Maus, muss ich sagen Weil man alt ist kaputt gegangen durch so alte Klicks Oh, ich bin so blöd, ich bin so blöd Ich hab... Und auch Äpfel, okay Jam, 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 jam